Du weißt es vielleicht noch nicht, aber du unterstützt derzeit einige gefährliche Menschen mit deinem Geld. Diese Menschen indoktrinieren überall im Westen junge, intelligente Menschen mit ihrer von Missgunst beherrschenden Ideologie. Ihre Mission ist es, die westliche Zivilisation zu untergraben, die sie als korrupt, repressiv und patriarchisch ansehen. Als Steuerzahler oder als jemand, der für den Hochschulabschluss seiner Kinder aufkommt, unterstützt du diese Bande von Nihilisten. Sie unterstützen Ideologien, die behaupten, dass jegliche Wahrheit subjektiv ist, dass alle Geschlechterunterschiede sozial konstruiert sind und dass der westliche Imperialismus der einzige Grund für alle Probleme in der dritten Welt ist. Es handelt sich um Anhänger des Postmodernismus, die versuchen, ihren progressiven Aktivismus in der Hochschule in deiner Nähe zu etablieren. Sie bringen die Mobs hervor, die Räten an Hochschulen gewaltsam zum Stillschweigen bringen. Die Sprachpolizei, die die Gesetzgebung mit künstlich fabrizierten Geschlechterpronomen ausschmücken. Und die Studiendekane, deren Lebensunterhalt darauf beruht, Diskriminierung auszurotten, wo sie kaum oder gar nicht existiert. Ihr Denken setzte sich in den 60er und 70er Jahren in westlichen Universitäten durch, als sie wahren Gläubiger der radikalen Linken zu den Professoren von heute wurden. Dadurch wurde das von der Bildung angerichtete Unheil immer größer. Nicht indem wir unseren Kindern kritisches Denken lehren oder wie man einen klaren Gedanken zu Papier bringt oder ein Wort erfasst, sondern wie sie die destruktiven Ansichten ihrer Lehrer nachahmen können. Es ist heute möglich, einen Abschluss in Anglistik zu machen, ohne je etwas von Shakespeare gelesen zu haben. Einer jener toten weißen Männer, deren Werke unserer Gesellschaft der Unterdrückung zugrunde liegen. Um die Vertreter des Postmodernismus zu verstehen und ihnen etwas entgegenzusetzen, muss man die Ideen aufzeigen, an denen sie sich orientieren. Zunächst wäre da ihr Dreisprung aus Vielfalt, Gleichheit und Inklusion. Vielfalt wird hier nicht als Vielfalt der Meinung verstanden, sondern unter dem Gesichtspunkt von Rasse, Ethnie oder sexueller Identität. Gleichheit ist hier nicht länger rühmliches Ziel der Chancengleichheit, sondern vielmehr das Bestehen auf der Gleichheit des Ergebnisses. Und Inklusion ist der Gebrauch identitätsbasierter Quoten, um diese irrtümliche Vorstellung von Gleichheit umzusetzen. Alle klassischen Rechtsnormen des Westens werden als zweitrangig gegenüber dieser neuen Rechtsnorm angesehen. Betrachten wir zum Beispiel die Redefreiheit, dem Grundstein der Demokratie. Die Anhänger des Postmodernismus glauben nicht daran, dass Menschen in guter Absicht Ideen austauschen und einen Konsens erreichen können. Ihre Welt ist wie mir ein hopscher Albtraum unterschiedlicher Identitätsgruppen, die um Macht kämpfen. Sie betrachten Ideen, die ihrer Ideologie entgegenstehen, nicht einfach als falsch, sondern als integralen Bestandteil des Unterdrückungssystems, das sie zu ersetzen versuchen. Und sie sehen es als ihre moralische Pflicht an, die Äußerung dieser Ideen im Keim zu ersticken und zu behindern. Zweitens sehen wir die Ablehnung des freien Marktes, also jener grundlegenden Idee, dass freiwilliger Handel jedem zugute kommt. Sie wollen nicht eingestehen, dass der Kapitalismus hunderte Millionen Menschen aus der Armut befreit hat, sodass sie sich erstmals in der Geschichte Essen, Unterkunft, Kleidung und Transportmittel leisten können, sogar Freizeit und die Möglichkeit zu reisen. Diejenigen, die in den USA oder zunehmend auf anderswo als Arm gelten, können ihre Grundbedürfnisse decken. Währenddessen im ehemals Wohlenhabenden Venezuela, kürzlich noch das Aushängeschild für die Linken an den Hochschulen, steht die Mittelklasse an, um Toilettenpapier zu bekommen. Drittens und zu guter Letzt gibt es die Identitätspolitik. Die Postmodernisten glauben nicht an Individuen. Man ist vielmehr ein Exemplar seiner Rasse, seines Geschlechts oder seiner sexuellen Vorlieben. Außerdem ist man entweder Opfer oder Unterdrücker. Erstere können sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, während Letztere zum Nichts Guten fähig sind. Solche Zuschreibungen von Opferrollen haben lediglich das Ziel, Gewalt zu rechtfertigen und Konflikt zwischen einzelnen Gruppen zu entfachen. All diese Ideen haben ihren Ursprung bei Karl Marx, dem deutschen Philosophen des 19. Jahrhunderts. Marx sah die Welt als einen einzigen großen Klassenkampf, die Burjah sie gegen das Proletariat, die Hab gegen die Reichen gegen die verzweifelten Armen. Doch wo immer auch seine Ideen in die Praxis umgesetzt wurden, in der Sowjetunion, in China, Vietnam und in Kambodscha, um nur einige zu nennen, brachen ganze Volkswirtschaften zusammen und wurden mehrere 10 Millionen Menschen getötet. Wir führten einen jahrzehntelangen kalten Krieg, um die Verbreitung dieser mörderischen Ideen zu beenden. Doch nun sind sie zurück im neuen Gewand der Identitätspolitik. Die korrupten Ideen der postmodernen Neomarxisten sollten im Mülleimer der Geschichte landen. Stattdessen unterstützen wir ihr Fortbestehen in genau den Institutionen, in denen die Grundgedanken des Westens von Generation zu Generation weitergegeben werden sollten. Wenn wir damit nicht aufhören, wird der Postmodernismus in Amerika und in der gesamten westlichen Welt anrichten, was er bereits in ihren Universitäten angerichtet hat. Ich bin Jordan Peterson, Professor für Psychologie an der Universität von Toronto für Prager University. Ich bin Jordan Peterson, Professor für Psychologie an der Universität von Toronto für Technologie 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 an der Universität von